Snoop Dogg-Fans geraten in Aufregung, da der Rapper und Unterhaltungsmogul am 11. November in Los Angeles bei der Baby2Baby-Gala auftreten wird. Die Baby2Baby-Gala wird jährlich zur Unterstützung der gemeinnützigen Organisation abgehalten, die Hilfsgüter für Kinder in Armut bereitstellt. Laut Variety hat die Organisation zugesagt, fast 300.000 essentielle Artikel wie Schulmaterial, Hygiene-Produkte und Sportausrüstung an Kinder in zwei von Snoop-unterstützte Organisationen zu liefern, die Snoop Youth Football and Basketball Leaks und Snoop Special Stars. Die Veröffentlichung berichtet, dass die gemeinnützige Organisation bereits mehr als 350 Millionen Unterbedürftigen verteilt hat, das Geld wurde durch eine jährliche Gala gesammelt. Neben Snoops Auftritt wird die Emmy-Preisträgerin Salma Hayek-Pinot mit dem Giving Tree Award ausgezeichnet, als Anerkennung für ihr außergewöhnliches Engagement zur Verbesserung des lebensbedürftiger Kinder auf der ganzen Welt. Hayek leitet auch eine Organisation, die Frauen und benachteiligten Kindern in Mexiko ein besseres Leben ermöglicht, indem sie ihnen Einrichtungen zur Verfügung stellt. Die Baby-To-Baby-Gala kehrt am 11. November nach Los Angeles zurück, und Snoop Dogg wird bei der Wohltätigkeitsveranstaltung auftreten. Doch er stellte den Organisatoren eine Bedingung, die Billboard exklusiv enthüllen kann. Die Baby-To-Baby-Gala 2023, präsentiert von Paul Mitchell, hatte zuvor angekündigt, dass Meghan Markle und Prinz Harry nicht eingeladen werden, aufgrund von Snoops Forderungen. Snoop Dogg mag Meghan nicht aufgrund ihrer unhöflichen Handlungen gegenüber der verstorbenen Königin, die er sehr respektiert. Er ist mit William und Harry befreundet, da er sie als meine Jungs bezeichnet hat. Er erklärte auch, wie er eine besondere Verbindung zum Vereinigten Königreich verspürt, nachdem die verstorbene Königin ihm die Erlaubnis gegeben hatte, nach Großbritannien zu reisen, nachdem er in den 90er Jahren aufgrund seines Skandals mit einem Tourverbot konfrontiert war. Er ist ihr immer dankbar dafür. Nicht nur aufgrund von Snoop Dogg's Bitte, sondern auch Baby-To-Baby selbst wollte nicht, dass Meghan und Harry dabei sind. Im Jahr 2020 haben Meghan und Harry bei Baby-To-Baby ehrenamtlich gearbeitet, die Windeln, Kleidung und andere wichtige Dinge für bedürftige Familien zur Verfügung stellt, und sie halfen bei einer Outdoor-Aktion zur Rückkehr zur Schule, bei der sie Kinder neue Rucksäcke anpassten. Sie ließen sich von Fotografen fotografieren und verließen die Veranstaltung nach 10 Minuten. Im letzten Jahr war Meghan Markle auffällig abwesend bei der mit Spannung erwarteten Baby-To-Baby-Gala 2020 in Los Angeles. Die Veranstaltung sei ein Treffen der Elite Hollywoods, darunter Meghans enger Freund Tyler Perry. Die Herzogin von Sussex tauchte jedoch nicht unter den bekannten und sogar den vage vertrauten Gesichtern auf, die anwesend waren. Kritiker argumentieren, dass Meghan oft alles auf sich bezieht, was zu ihrer sozialen Isolation führt. Meghan Markle und Prinz Harry werden nach und nach aus Hollywood ausgeschlossen, und ihnen fehlt der Charme, den es braucht, um Tinseltown zu erobern, so ein Experte. Die Sussexes haben nicht die Ausstrahlung, das Engagement und den Charme, um a prominenter zu sein, trotz der Unterzeichnung von mehreren Millionen schweren Verträgen, darunter mit Netflix und Spotify, seit ihrer Flucht aus dem Vereinigten Königreich nach Los Angeles im März 2020. Die Ausstrahlung sind die Ausstrahlung, 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 die Ausstrahlung